Jürgen Leitner? Dummer Idiot, motherfucking Jürgen Leitner. Gottverdammter Depp, büchersammelnde, staubfressende Ratte. Alter Bastard, Scheißkerl, Idiot, Avatar der Hure. Größter Clown im Zirkus, aus der Stadt gelachter Cowboy, motherfucking Jürgen Leitner. Hört auf mich zu pinnen, wenn ich über Jürgen Leitner rede. Ich hasse ihn so sehr. Warum hat er so viele abgefuckte Bücher? Warum hat er sich entschieden, herumzufucken und zu gucken, was passiert? Lass sie einfach frei. Ist er tot? Ist er ein Bastard? Der Mann hat so einen tief sitzenden Effekt auf mich. Nicht einmal im Zimmer, habe nie das Gesicht dieses Mannes gesehen. Und ich weiß, er hat den beschissensten Bart der Welt. Geh weg von mir. Würde ich in den Himmel kommen wollen und Gott würde sagen, Jürgen Leitner wartet drinnen. Ich würde auf Gottes Füße pissen, nur um wieder heruntergeschickt zu werden. Wenn ich damit umgehen muss, dass Jürgen Leitner ein Wort persönlich mit seiner Stimme im Podcast spricht, ich werde nicht nur den Tab schließen, ich werde mein ganzes Lesezeichen aus Trotz löschen und die gesamte Serie wieder rewatchen müssen. Für die Erfahrung, jedes Mal skippen zu können, wenn er erwähnt wird oder lebt. Ich weiß nicht mal, warum ich ihn so sehr hasse. Er sammelt Bücher, aber ich bin einfach sauer, weil ich Angie bin. Der hat besser mal eine abgefuckte Backstory, um das alles zu erklären. Wenn er einfach nur ein reicher Scheißkerl ist, der ein Fan von Creepypastas ist und die IRL-Version wollte, werde ich verrückt. Hätte er besser mal ein Buch gehabt, das ihn dazu bringt, jemanden zu töten, weil wenn nicht, werde ich ihn dazu bringen. Paypal.com slash ich fucking hasse Jürgen Leitner. Episode ist nicht mal über ihn, wird vage erwähnt, was für leicht seine Bücherei sein soll und ich bin durchgedreht. Wo zum Fick ist Jürgen Leitner? Falls er immer noch lebt, werde ich mir so tief wünschen, er würde es nicht tun. Krustiger alter Mann. Ich werde Jürgen Leitner schlagen und seine traurigen, schwachen alter Mann Zweigknochen werden einfach auseinanderbröckeln unter meiner epischen, riesigen Fleischfaust. Und er wird zerfallen, bis alles, was übrig bleibt, ein letztes Buch ist, das er immer bei sich hatte, einfach betitelt Jetzt hast du verkackt in altem Jiddisch. Ich atme nicht, ich hyperventiliere an diesem Punkt. Ich hoffe, es gibt ein Datum für, wenn Jürgen gestorben ist oder sterben wird, damit ich eine Erinnerung auf meinem Handy machen kann. Jeden Tag, einmal im Jahr werde ich es sehen und irgendwas tun, außer Respekt zollen an den Mann, der so viele abgefuckt, falls wahr, Bücher hatte.